Was geht ab, liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla. So, wir machen hier weiter, Herren des Eisenwaldes. Rutschen hier die Passage noch runter. Ich nehme an, das hat seinen Preis. Ich will eine Kostprobe für mich. Der Rest gehört dir. Abgemacht? Habe ich eine Wahl? Selbstverständlich nicht. Der Med wird von Suttung und seiner Tochter Gunnlöd im Gewölbe ihrer Behausung in Utgard verwarb. Das Gewölbe wird nur bei einem großen Festmahl geöffnet, wenn Suttung seine reichhaltigen Vorräte teilt. Und er wäre ein schlechter Gastgeber, gäbe er kein Fest zu Ehren eines hohen Besuchers, wie dem erhabenen Asgards. Du bist nicht so dumm, wie ich befürchtet hatte. Das ist doch schon mal ein Kompliment. Warum willst du den Med? Meine Gründe gehen dich nichts an. So wie mich die deinen nichts angehen. Du musst ihn nur besorgen. Ich muss Suttung ein angemessenes Geschenk bringen, wenn er mich willkommen heißen soll. Der törichte Truppenbold Ege verlor kürzlich bei einer Wette seine Kessel an Suttung. Dieser ging auf dem Weg nach Utgard verloren. Suttung wäre sicher dankbar, wenn ich ihm den Kessel zurückbrechte. Suche den Baum der Narben von den Schuppen der Weltenschlange davontrug. Der Kessel wird dort vorbeigekommen sein. Du könntest zudem Gunnlöd ein Geschenk machen. In Trümshaus am See nahe Utgard gibt es Schätze, die dir gefallen würden. Okay. Ich werde daran denken. Wenn du den Med hast, suche mich an der Quelle Mimias auf. Dort zeige ich dir, wie du deinem Verderben durch Ragnarök entgehen kannst. Da sind wir ja mal gespannt. Sollte ich erst den Kessel suchen oder zu Trümshaus gehen. Wir haben direkt zwei Kreis hier. Wer kennt. Leider ist das hier. Na komm du mal her du. Let's go. Let's do that shit. Erstmal gehen wir hier hoch. Hier ist der Baum, von dem Hyrokin sprach. Schwer gezeichnet von Jamm und ganz scharfen Schuppen. Ich sollte nach dem fehlenden Kessel suchen. Ja. Machen wir auch. Aber vorher holen wir uns den Ausguck hier. Ganz schön hoch du. Dies ist ganz schön hoch. Endlich angekommen. Jetzt geht es nicht mehr weiter und das war's. Let's do this. Das sieht aber mega nice hier aus. Holy moly. Der Kessel wurde zuletzt. Nein. Okay. Spähe für mich in die Ferne. Also hinter mir quasi. Dann schauen wir mal. Ah. Dann machen wir wieder ein bisschen Detektivarbeit hier. Hier wurde gegraben, um ein Wagenrad brechen zu lassen. Ein Hinterhalt. Ah, hier ist der Wagen. Dieser Wagen trägt das Zeichen Aegeus. Ach da. Der umgeknickte Baum. Die Schleifspur von etwas sehr großem. Sofern es Aegeus Kessel war, den sie hier durchschleppen, muss er wahrlich groß sein. Die Diebe hinterließ in einem Pfad der Verwüsterung. Zeig mir, was vor uns liegt. Hier denke ich mal, oder? Hier ist zwar einiges kaputt. Der Pfad der Zerstörung führt zu dieser riesigen Wurzel. Und da unten. Tierblut. Du hast eine Spur. Der Handschuh des großen Jütons Grünmeer muss schon lange hier liegen. Vielleicht brachten die Diebe ihre Last hinein. Ja, würde ich sagen, oder? Da geht es hinein. In die Guli-Stube. In der Räucherstube. Noch mal kurz. Ich kann jetzt zwei schwere Waffen tragen. Holy Moly, das ist ja komplett OP lang. Überall weiches Moos. Schwer vorstellbar, dass das auf eine Hand gepascht hat. Ich darf hier nicht erwischt werden. Ja, drauf geschätzt, ob wir hier erwischt werden. Der gestohlene Kessel. Nur wie bekamen sie ihn in diese Höhle? Das war vorher nicht da. Diesem reicht der Trübbilder, was man nie was echt ist. Okay, let's do it. Okay. Großschwert und Axt wären wahrscheinlich der Hammer, oder? Schauen wir mal ganz schnell, ob wir nicht... Chrom-Siebel macht 145. Das ist aber nur eine Einhand-Axt. Okay, da haben wir schon das Beste, was wir machen können. Es muss doch einen Weg zu ihm geben. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Ja. Boah. What the heck ist das denn für ein Ding? Ja, ja. Ich hole dir auch gleich mal was zurück. Daneben. Okay, ich brauche unbedingt einen Schlüssel. Die Frage ist nur, wo sind sie? Irgend die Schlüssel. Schon ein bisschen hinterher ist es den einfach im Schlaf zu ermorden, aber... Okay. Der Sprung ist ja aber auch völlig gelungen. Mal sagen, es ist eins plus mit Schätzchen gewesen, der Sprung. Ah. Hallo. Oh. Der hat schnell hinter sich. Die arme Sacke. Okay. Okay. Zu groß, um ihn zu tragen. Doch in Jötternheim ist nicht alles so, wie es scheint. Der Kessel ist kleiner geworden. So langsam verstehe ich diese Trugbilder. Okay. Das sind immer verschiedene Betrachtungswinkel, die wir da mit bereichern machen. Dieser Kessel sollte reichen, um Schüttungsgunst zu gewinnen. Ich könnte jetzt nach Utgard gehen. Doch mit einem Geschenk für Gundlöt käme ich leichter an den Meht. Was für ein Geschenk. Was soll ich dir allen denn schenken? So, halbiges Rahmen. Was ist das? Let's do this. Wo ist die Welt? Okay. Da hinten müsste ich hin für sie und geschenkt werden. Das ist nicht das Problem. Ah, das war feuer. Geht's hier hoch? Ja. Tja, wie kann man denn jetzt hier wieder raus? Ist es Tür A? Tür B? Oder doch? Tür C? So. Oh. Der hat dann halt auch Schnellreisen nicht verfügbar. Tja Ben, die kommen mal hier raus. Hier, wie wir sehen, geht es hier und zwar mal entlang. Jetzt sind wir hier entlang, sind wir hier reingegangen, haben ja das Ding da weggezogen. Wollen wir hier wieder raus, also nehmen wir jeden Weg, der nach oben geht, gerne mit. Hier geht es dann weiter. Boah, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist wieder, warte mal, ne hier war der Krug. Das ist wahrscheinlich wieder so ein scheiß Trugbild, was ich nicht sofort erkenne. Wie höher, was für höher, nix höher. Nehmen wir mal, hallo. Hallo, loslassen. Das wäre die Truhe. Das ist doch der Wahnsinn hier. Kildanlorus. Okay, liebe Leute, damit befasse ich mich dann später. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Ich versuche jetzt hier rauszukommen. Ich weiß ja nicht, wie lange es dauert. Nachher haben wir so in 1 Stunden Let's Play. Das muss ja nicht sein. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Support da. Das würde mich freuen. Und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.